Applaus Wir starten mit den Detailhandels-Assistentinnen und Assistenten. Parat machen kann sich jetzt Klasse DHA 14A mit Markus Studer und Maria Rüsch. Und das Mikrofon übergebe ich jetzt Sarah Sommerhalder. Gut, sind alle bereit? Dann würden wir loslegen. Das ist Klasse DHA 14A. Und wir starten mit Eliane Kaufmann von der Landi Udisant. Applaus Dann der Dona Koznici, Maischus, Sorsi. Keren Lemos, Landi, Sorsi. Lara Milutinovic, Schildathlet, Sorsi. Applaus Sandro Möller, Migros, Sorsi. Applaus Janik Möller, Enz Audio-Video AG in Luzern. Applaus Melanie Santos Silva, Migrosol Huse. Applaus Silvan Schwegler, Scherzport-Sorsi, hat sich leider entschuldigen. Und ebenso der Aaron Sen von der Garage Burket in Sorsi. Sanela Stojkovic, Quartiertreff Luzern. Applaus Applaus Gut, währenddessen hier noch das Foto machen, kann sich bereits die nächste Klasse hier aufstellen. Das ist die Klasse DHA 14B mit dem Klassenlehrer Rudi Lendecki. Applaus Gut, dann lassen wir los mit der Helen Ambühl, Bäckerei-Konditorein Steiner in Menzenau. Applaus Sabrina Banz, Goob Dagmar Selle. Applaus Melanie Fassbind, Spahr Nebiken. Applaus Latife Gashi, Bäckerei Erni, Rausmo. Applaus Applaus Dona Gaspers, Vögelischus, Sorsi. Applaus Applaus Arbulena Krasnitschi, Gastro3 2013 in Sorsi. Applaus 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 Sabrie Criesiu, Tom Taylor, Sorsi. Applaus Applaus Arianna Ratschei, Goob Trienge. Applaus Sabrina Stocker, Schuhköng, Sorsi. Applaus Und der junge Herr, der noch wartet, ist Adrian Wiesler von Migros Willisala. Applaus 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 Ich sehe, sie stehen schön hinterher, damit sie auch wirklich den ganzen Teppich ausnutzen können. Das finde ich super. Wir fangen an mit Sarah Albisser, Mai Schuus, Sorsi. Applaus Applaus Garmen Bieri, Wohlehof, Sorsi. Applaus Applaus Yannick Briner, Gastro3 2013 in Sorsi. Applaus Applaus Michelle Costa, Goob Emmerbrung. Applaus Ramona Gozio, Migros Sorsi. Applaus Stefanie Geiser, Landi Raide. Applaus Matthias Gisler, Landi Oberkölk. Applaus Applaus Michael Gut, Schör von Zimmerli, Raide. Applaus Applaus Karin Hafner, Migros Sorsi. Applaus 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 Luka Imfeld, Luka Imfeld, Aldi Suisse, Sorsi. Applaus 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 Manuela Neyer, Dosenbach, Sorsi. Applaus Manuela Neyer, Dosenbach, Sorsi. Applaus Applaus Linda Schweigler, Bäckereich Romenacher, Grossmann. Applaus 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 Andrin Schwendener, Horstädter Autotechnik, Sorsi. Applaus 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 Dann kann sich langsam die nächste Klasse auf den Weg machen. Das ist DHF 13b. Ebenfalls mit Stefanie Rapp aus Klassenlehrerin. Applaus Also, dann starten wir hier mit Nadje Arslan, Schuhe Küm, Sorsi. Applaus 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 Katharina Bayitsch, Charles Fögele Mode, Sorsi. Applaus 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 Martina Bossert, Volk Etiswil. Applaus 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 Sandro Bucher, Jumbo Willisau. Applaus 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 Serina Bürli, Go Sorsi. Applaus 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 Stefanie Fischer, Denner-Satellit Nebiken. Applaus 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 Rosa Fusco, Peter Mode, Willisau. Applaus 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 Anita Huber, Hodu Bäckerei Hofstadt. Applaus 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 Linda Meier, Schuhhausmeier, Willisau. Applaus 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 Christina Nreiei, Zentralhof, Sorsi. Applaus 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 Gabriella Peter, Grund AG, Triengen. Applaus 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 Ramona Reber, Mehrgasmetzg, Zell. Applaus 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 Sina Roth, Stöckli Swissports, Wohlhause. Applaus 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 Fabio Rucci, Hurtssport, Willisau. Applaus Selin Schmid, Kaffee-Kohler, Sorsi. Stefanie Tellenbach, Gobe Schüpfe. Leonie Zemp, Maiweibel, Milisal. Und Nicole Zeiler, Kaffee-Kohler, Sorsi. Dann bitte ich die nächste Klasse hier vorne, das ist die DHF 13c und Klassenlehrerin Leonie Greuther. Gut, wir starten mit Larissa Arnold, Denner-Satellit von Wiel. Daniela Baumler, Brot & Co. Grosswanger. Adriana Bossert, Imhof-Babetterie Wilisal. Sven Bühler, Migro-Reide. Luxan Chandrakumar, Migros-Ursi. Sabrina Döni, McPaperland, Luzern. Simona Dottmann, Robert-Freibab-Betterie, Dagmar Selle. Daniela Erler, Landi-Trienger. Tamara Emmenecker, Felder-Sport-Sylberg. Miranda Gashi, Becker-Eich-Münzli, Sorsi. Lucia Habecker, Jürg Vogel, GmbH, Aschleismatt. Nico Häfliger, Go-In-Sorsi. Linda Knubb, Go-Bilisal. Applaus Tamara Lötzscher, Migros-Malters. Applaus Jasmin Marbacher, Migros-Ursi. Applaus Rita Moraes, Charles Vögele, Mode-Ursi. Applaus Joel Bouchard, Stöckli-Swiss-Borz. Entschuldigung, hat sich entschuldigt für heute Abend. Corinne Stadumann, Go-Bilisal. Applaus Ramona Stadumann, Klosterbäckerei, Santorbe. Applaus Maik Subbiger, Migros-Achmar-Zorsi. Applaus Und Jasmin Walima, Utsmode-Rusmu. Applaus Dann darf sich die letzte Klasse der Dederland-Ausbach-Leute bereit machen, das ist das DHF 13D und Klassenlehrerin Barbara Hubiler. Gut, dann legen wir los mit Severin Bucher, Post-Schweiz-Sorsi. Applaus Selina Felder, Schafi AG Willisal. Applaus Monika Cerczai, Post-Schweiz-Sorsi. Applaus Florian Gojani, Epper-Sorsi. Applaus Martina Graber, Expert-Graber, Sorsi. Applaus Martina Huber, Landi Schönz. Applaus Milena Hügi, Post-Schweiz-Vilisal. Applaus Jasmin Hunkeler, Babetri Fumat-Sorsi. Applaus Pascal Kneubühler, Garage Heller, Sorsi. Applaus Nadia Lönscher, Landi Schöpfe. Applaus Manuel Madureira, Terendinger AG Reiden. Applaus Jasmin Meier, Landi Wollhausen. Applaus Michael Müller vom Horstädter, Sorsi ist ebenfalls entschuldigt. Applaus Renat Bortmann, Goliath Fashion, Sorsi. Applaus Ramona Rösli, Metzgerei Felder, Entli Buch. Applaus Selina Rösli, Beckenheit Daumen, Hergiswein. Applaus Julia Setsz, Stirnema Schuhe, Wolhausen. Julia Setsz, Stirnema Schuhe, Wolhausen. Applaus Leonhard Velay, Fust AG Sorsi. Applaus Sandra Fogel, Landi Mauters. Applaus Sandra Fogel, Landi Mauters. Applaus Iren Wicker, Schild Luzern. Applaus Tamara Winterberg, Estermanns Foto- und Bürobedarf, Sorsi. Applaus Franziska Wüst, Papi Rama, Schenke. Applaus Und last but not least, Livia Zielmann, Baumler AG Schütze. Applaus Gut, wir machen weiter mit der nächsten Klasse. Und zwar bitte ich, KB 13 vorzukommen. Klassenlehr von Thomas Samuel. Wir starten mit Manuela Ademi, Rotal Auto AG, Röswil. Applaus Diana Martins, Swiss Excellence Forum in Sorsi. Applaus Gendiana Dedei, Ottos AG Sorsi. Applaus Jessica Duschi, Office Partners AG Frankendor. Applaus Chris Gehrig, Trifact AG Sembach Station. Applaus Maria Dedei, Ottos AG Sorsi. Applaus Julia Heller, Rosette Technik Sembach. Applaus Andrea Hellmöller, Immobiliar Willisau. Applaus Schakling Hirdika, Maki Beto, Fertigteile AG Gatnau. Applaus Simona Käsebier, Hit, Haus und Industrie Technik AG Reiden. Applaus Manuel Köisch, Bison Schweiz AG Sorsi. Applaus Manuel Köisch, Bison Schweiz AG Sorsi. Applaus Melina Meyer, Affetranger Bau AG Alpbüren. Applaus Sheryl Moser, Basso Treuhand AG Sorsi. Applaus Sandra Möller, Yves Swiss AG Sorsi. Applaus Lara Roos, Gavo Gasser AG Walhuse. Applaus Nadine Rothenbühler, W Graber AG Reiden. Applaus Lisa Steffen, Autobeeren AG Sorsi. Applaus 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 Ich komme dazu in der Klasse RE-13 A mit dem Klassenlehrer Erwin Frey. Applaus 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 Wir starten mit Christa Alessandri, SIGA Service.